Hallo, das ist ein Video im Bereich Softwarearchitektur über Abhängigkeit, Modularisation und Microservice-Architektur. Ihr seht es, eine grausame Schrift. Das ist eher so ein Quick-and-Dirty-Video. Das geht darum, um meine eigenen persönlichen Ziele hier erstmal zu verfolgen und kein komplettes ausführliches Video zu dem Thema. Da solltet ihr euch dann wahrscheinlich lieber Uncle Bob angucken, dann aber auf Englisch. Ich versuche erstmal so ein bisschen zu erklären, wie kann man sich Abhängigkeit und Unabhängigkeit vorstellen. Was sind die Konsequenzen? Und dann versuche ich ein mehr oder weniger konkretes Beispiel im Bereich Web-Development zu zeigen, was ich auch selbst schon erlebt habe oder mehrfach schon erlebt habe. Und guckt euch auf jeden Fall die Videobeschreibung an, falls es irgendwelche Updates gab, die jetzt nicht im Video drin sind. Okay, das gesagt. Stellt euch vor, wir wollen eine Nachricht von A nach B bringen. Das ist zum Beispiel B, das ist zum Beispiel unser Boss und A ist was weiß ich wer. So, und zwischen A und B sind jetzt verschiedene Leute, die diese Nachricht untereinander transportieren, bis sie dann endlich beim Boss ankommen. Und diese Leute haben verschiedene Eigenschaften. Und zwar der Erste, der kann nur Englisch hören und kann nur Deutsch sprechen. Und der Zweite, der kann Deutsch und Englisch sprechen und hören, ist geborener deutscher Muttersprache oder so. Und der Letzte, der spricht und hört Englisch. Und der Boss spricht auch nur Englisch und hört auch nur Englisch. So, und die sollen jetzt eine Nachricht transportieren. So, was passiert hier ist, was hier passiert, ja, deutsche Grammatik, schwere Grammatik, was hier passiert ist. Also A sagt irgendwas an. Okay, wir bauen einen Namen für die, das ist unser Typ Nummer 1, Typ Nummer 2, Typ Nummer 3. Warum sind es keine Frauen? Weil ich keine Frau bin. Wenn ich eine Frau wäre, wären es alle Frauen. Ich will hier niemanden angreifen. So, also Typ A sagt was an Typ Nummer 1 und der übersetzt es einfach in seinen Kopf auf Deutsch und spricht es dann auf Deutsch zum Typ Nummer 2. Und der Typ Nummer 2, der spricht es jetzt auf Englisch zum Typ Nummer 3 und der Typ Nummer 3 spricht seinen Boss. Ganz einfach, kein Problem. So, aber ich habe ja gesagt, der ist ja deutscher Muttersprachler und der hatte also Englisch nur gelernt. Und jetzt ist das nicht so leicht für den alles auf Englisch zu übersetzen und der weiß, dass das geht nachher an seinen Boss. Und da muss das natürlich eine ordentliche Übersetzung sein. Und deswegen fragt er jetzt ab und zu mal den Typen Nummer 3, also überlegt sich eine Übersetzung. Dann sagt er das dem Typen Nummer 3. Ist das so richtig, der Typ Nummer 3? Der ist natürlich ein cooler Typ. Er sagt, nee, guck mal, das verstehe ich aber noch nicht. Gibt ihm also Feedback. Typ Nummer 2, überleg nochmal, was habe ich gehört auf Deutsch? Okay, übersetzt das nochmal. Also hier ist so ein bisschen Kommunikation. Und wenn die dann sich geeinigt haben, dann sagt der Typ Nummer 3, das ist ein Boss und alle sind zufrieden. So, und irgendwann stellt aber der Boss fest vor, Jungs, das geht nicht mehr. Weißt du was, der Typ Nummer 3 hier, der kriegt viel zu viel Geld. Der kriegt viel zu viel Geld. Der wird jetzt erstmal abgesägt. So, wir sägen jetzt mal ab hier. Ich hoffe, das sieht man auch im Video. So, der wird jetzt abgesägt. Und stattdessen packen wir dann einen neuen Typ rein. Der muss hier einfach nur dieselben Anforderungen erhalten oder haben. Die selben Eigenschaften. Das heißt, der kann auch Englisch-Englisch sprechen. Das ist überhaupt kein Problem. So, ich nehme jetzt mal eine neue Farbe. So, und jetzt kommt wieder eine Nachricht rein. Geht an die Nummer 1. Und der spricht wieder auf Deutsch an Nummer 2. Und Nummer 2 kriegt die Nachricht. Spricht sie wieder an Nummer 4. Aber sagt auch, ey, du, du, ich bin mir da nicht ganz sicher. Hört sich das gut an. Und die Nummer 4, der ist eher ein uncooler Typ. Und sagt, ey, ich mache doch deinen Job nicht für mich. Also, entweder du sagst mir jetzt, was Sache ist. Aber ich werde hier nicht irgendwie dein Berater sein. Dafür werde ich nicht bezahlt. So, und dann sagt der Typ Nummer 2, hm, das ist aber blöd. Na gut, dann gebe ich dir einfach diese Nachricht, so wie sie ist. Kann ja auch sein. Wir machen mal hier so eine Nachricht. Und die ist dann vielleicht irgendwie nicht so cool. Die ist dann irgendwie angefressen oder sowas. Keine Ahnung. Und Typ Nummer 4 gibt diese Nachricht dann an den Boss weiter. Und der Boss kriegt natürlich auch diese bisschen angefressene Nachricht. Und der Boss, der hat natürlich vielleicht keine Ahnung oder versteht was falsch oder sowas. Und die ganze Kette bricht auseinander. Und die Firma geht prank rot. So, was ist hier passiert? Das Problem an dieser Kette war, was man nicht, was der Boss vielleicht nicht gesehen hat, war, dass der Typ Nummer 2 abhängig vom Typ Nummer 3 war. Damit der Typ Nummer 2 seine Arbeit machen kann, musste der Typ Nummer 3 vorhanden sein. Jetzt ist der Typ Nummer 3 aber nicht mehr da. Der Typ Nummer 4 konnte ihn nicht ersetzen. Nicht in der Form, nicht in dem vollen Umfang, der den Typ Nummer 3 bieten würde. Und deswegen ist das Ding gebröckelt. Und interessanterweise, während ich mir dieses Beispiel überlegt hatte, bevor ich das Video gemacht habe, habe ich mir auch überlegt, und das ist eigentlich was, was sehr häufig passiert. Weil ja Menschen oder das menschliche soziale Netzwerk ist ja eigentlich relativ kompliziert und man weiß immer nicht mehr, wie zusammenhängt. Und dann kann es sehr leicht sein, dass man hier so Abhängigkeiten zerstört und dadurch dann vielleicht Leute keine Lust mehr auf die Arbeit haben, immer schlechter werden, die Arbeitsleistung sinkt oder sowas. Zum Beispiel sind Leute oder Menschen ja auch abhängig von ihrer Pause. Wenn du die Pause wegnimmst, dann bröckelt es alles. Du dachtest immer, die wären unabhängig von der Pause, sind sie aber nicht. So Sachen, ne? Aber gut, das war erstmal so die Visualisierung zum ganzen Ding. Wollen wir einmal ein bisschen konkreter werden? Tchip, 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 tchip. So. Stellt euch vor, ihr macht eine Web-App. Wir reden über ein konkretes Beispiel jetzt. Okay. Also stellt euch vor, ihr macht eine Web-Applikation. Entschuldigung für das Englisch. Und ihr habt jetzt hier drei Komponenten. Ich weiß nicht, ja. Wir machen einmal drei Komponenten. Könnten drei Klassen zum Beispiel in JavaScript sein. So. Und ihr habt irgendwie so einen Autorisierungs-Service, den ihr benutzt. Und ihr kriegt dann irgendwie was, eine Authentifizierungs-Information. Und die speichert ihr irgendwie. Moment, wir machen mal so. Die speichert ihr hier in Cookies. So. Und naja, die Komponente hier, die benutzt halt die Cookies, fragt, ja, ist das überhaupt der User? Also der fragt sowas wie zum Beispiel getCookie, getCookie und dann irgendwie User, um den Key vom User zu bekommen. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Und vielleicht die Komponente, die sagt sowas wie setCookie, irgendwie was auch immer, was da drinstehen soll. Muss ja auch nicht Authentifizierung sein, kann ja auch was anderes sein. Zum Beispiel, welche Seite der User benutzt halt, gell. Und auch diese Komponente benutzt, also die Cookies. So. Die sind jetzt alle abhängig vom Cookie. Und was jetzt passiert ist, irgendwann stellt irgendeiner in eurem Team fest und sagt, ey, ey Jungs, Cookies sind nicht mehr so cool. Wir wollen keine Kekse mehr essen. Jetzt ist Local Storage der neue Shit. Was irgendwie komisch ist, neue Shit zu sagen, wenn wir über Essen reden. Aber gut, ich hab's nicht gemacht. So. Local Storage. Wir haben also keine Cookies mehr. So. Natürlich funktioniert das mit dem getCookieCall jetzt nicht mehr, gell. Jetzt hast du irgendwie, keine Ahnung, get, ich weiß nicht, auf JavaScript ist, glaube ich, Local Storage. Da gibt's, glaube ich, so einen Singleton. Storage. Storage. Und dann hast du hier irgendwelche Funktionen, get set, so. Und dann musst du also, diese Komponente hier musst du ändern, diese Komponente hier musst du ändern, diese Komponente hier musst du ändern, so. Das ist ja uncool. Und dann musst du das Ganze ja auch noch testen. So. Das Problem hier war, dass diese ganzen Komponenten alle einzeln von diesem Cookie abhängig waren. Und das war irgendwie uncool. Was wir stattdessen haben wollen, ist, wir wollen irgendwas in der Mitte haben. Wir wollen eine ein bisschen andere Architektur haben. Und die sieht dann ungefähr so aus. Wir haben hier zum Beispiel die Cookies wieder. Und dann hast du hier so ein Zwischending. Ich nehm dem, geb dem jetzt mal keinen Namen. Das verwirrt nur die Leute so. Und was jetzt hier passiert ist, da gibt's auch Calls drauf. Aber jetzt ist es nicht mehr getCookie oder getLocalStorage oder whatever, sondern jetzt ist es zum Beispiel getUser. Und der sagt zum Beispiel, I don't know, saveHistory oder sowas. Also das sind eher so konkrete Sachen, was diese Funktion denn eigentlich machen soll. Und das Ding, das steht so in der Mitte und übersetzt das dann quasi. Und irgendwo hier am Ende, so hier am Ende, da muss ich mal einen ganz kleinen Stift hier nehmen. Und da kommt dann irgendwie hier getCookie und setCookie. Hier, das sind die zwei Stifte. So, und jetzt soll nochmal jemand auf die Idee kommen, bitte, uns zu sagen, okay, you know what, wir nehmen keine Cookies mehr, wir nehmen jetzt LocalStorage. Alles im Zuge der Diät. So, was jetzt passiert ist, diese drei Dinge hier, die interessiert es überhaupt nicht. Die sind komplett unabhängig von, was hier benutzt wird. Was für die nur wichtig ist, ist, dass das Ding hier funktioniert. Das heißt, was du jetzt machen willst, ist, du ersetzt jetzt einfach getCookie und setCookie durch, weiß nicht, setLocalStorageEntry und getLocalStorageEntry. Und dann funktioniert schon wieder alles ohne Probleme. Und ja, natürlich, du hast natürlich in deinem System immer, immer hast du Abhängigkeiten. Jetzt ist natürlich auch diese Komponente davon abhängig und auch diese drei sind jetzt davon abhängig. Das heißt, wenn es jetzt hier eine große Änderung gäbe, dann wäre das natürlich auch uncool. Aber wenn sich dieser Teil hier ändert, dann hast du den Vorteil, dass du nur diesen Teil hier ändern musst. Nur dieser Teil hier muss geändert werden. Und sobald dieser Teil funktioniert, wenn du den zum Beispiel jetzt hier, ich stelle mir das Ding, auch diese ganzen Komponenten stelle ich mir immer vor wie so Computerchips. Ich stelle dir vor, Computerchips, die haben ja immer diese Pins dran. Und du kannst ja einen Computerchip theoretisch einfach aus dem, keine Ahnung, aus dem Motherboard, aus dem Mainboard rauslöten. Und du packst die in so eine Art, so eine Teststation rein, die einfach die gleiche Anzahl an Pins hat. Und dann kannst du damit alle verschiedenen Funktionen durchtesten. Und wenn du dann alle Funktionen getestet hast und weißt, okay, das Ding funktioniert sauber, dann kannst du es hier einsetzen in den Schaltkreis. Und das ist im Grunde dann, was du zum Beispiel mit Unit-Tests machen kannst. So, und wie gesagt, wenn das dann funktioniert, baust du es ein und alles läuft wieder. Obwohl du hier eigentlich eine, also wo du oben noch eine riesige Änderung hattest über das gesamte System möglicherweise, hast du hier nur noch eine sehr kleine Änderung, weil du einfach die Abhängigkeit verändert hast. Okay, und wie nennen wir das Ding jetzt hier? Da gibt es, kann man sich verschiedene Namen überlegen. Ich benutze oft Adapter, aber man könnte es auch Interface nennen. Aber ich glaube, das Wort ist sehr vorbelastet im Sinne von, dass es für sehr viele andere Sachen benutzt wird. Und viele, gerade junge Entwickler, würden wahrscheinlich dann durcheinander kommen, warum ist das denn ein Interface mit einer Implementierung? Das ist doch kein Interface, dann ist es doch eine Klasse. Aber, also, ja, theoretisch würde ich sagen, ist das ein Interface. Aber das ist ja auch nur meine Meinung. Wie gesagt, also ich würde das ganze Ding Adapter nennen. Okay, dann genug gelabert dazu. Dann wollen wir nochmal auf ein weiteres Beispiel gehen. Diesmal an was, was ich auch selber erlebt habe. Stellt euch vor, ihr macht eine Web-App. Warum auch nicht? So, und ihr habt hier ganz viele Komponenten in eurer Web-App. Ich weiß nicht, was ist momentan der Shit? React oder Vue.js oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Aber es kann auch jede andere beliebige Programmiersprache und jedes andere beliebige Ding sein. So, und ihr habt jetzt hier verschiedene Komponenten, die so hintereinander geschaltet sind, zum Beispiel, oder einfach nur ein System bilden. Wir können auch meistens meinetwegen so machen. Und die sind alle super unabhängig. Die sind super konzipiert. Und auch zum Beispiel, das ist natürlich ein System, da will man natürlich eine Datenbank dran haben. Und auch die Datenbank, die wird nicht hier, normalerweise, guck mal, du willst ja keine so in der Mitte Calls haben, die direkt auf die Datenbank zugreifen. Sondern stattdessen, ich mache hier nochmal meinen Computerchip, so. Der Computerchip, der soll ja nicht von hier aus irgendwie so einen WiFi-Sender haben und dann zum Abhören an die Datenbank schicken. Obwohl das manche Computerchips wohl haben. Sondern was du stattdessen willst, ist, du willst sagen, okay, du hast hier eine Datenbankverbindung quasi, die du hier reingibst. So, das ist ein Datenbank-Callback, könnte man dann sagen. Und wenn du eben eine Datenbank reingibst, dann arbeitet der Chip auf der Datenbank. Wenn du eine MOC-Datenbank reingibst, also keine echte Datenbank, dann arbeitet er eben auf einer MOC-Datenbank. Wenn du dem ganzen Ding einfach nur eine Datei gibst, mit der entsprechenden Zugriffsfunktion, Deutsch ist schwer, dann arbeitet er halt auf einer Datei. Diesem Chip ist es völlig egal, worauf er arbeitet. Er arbeitet einfach nur auf diesem Pin hier. So, das ist, was du haben willst. Und wir gehen auch davon aus, das ist auch genau das, was wir haben. Das heißt, diese Direktverbindungen hier, die gibt es gar nicht in unserem System. Weil wir haben sauber gearbeitet, wir haben gut gearbeitet. So, und alles, was es gibt, geht nur über diesen einen Strang hier rein oder raus. So, wir machen mal so. Das ist die einzigste Datenbankverbindung. Der Vorteil ist, wir können das dann ganz leicht auch testen. Wir können einfach hier eine MOC-Datenbank dranhängen. So, und dann funktioniert unser System auch. Wir können das ganze System hochstarten. Wir brauchen nicht mal eine Internetverbindung, weil wir haben ja eine MOC-Datenbank dran. Und können dann die komplette Applikation testen. So, und jetzt kommt aber irgendwann einer auf die Idee und sagt, zu Recht, wir müssen das Ganze hier jetzt auch noch absichern. Da kann ja jetzt nicht jeder Benutzer alles machen. So, wir brauchen also einen Authentifizierungs-Service. Was er macht, ist also, wir müssen diesen ganzen Schutzding aufsetzen. Ich mache das jetzt mal in Form einer Röhre hier so. Das wird alles in so eine Röhre gepackt, in so eine Schutzröhre der Autorisation oder Authentifizierung. Machen wir mal so, der Authentifizierung so. Und wir haben ganz vorne an dieser Röhre, ich mache es mal in diesem hellen Blau vielleicht. Oder vielleicht doch in diesem dunklen Blau. Ihr seht, alles so ein bisschen quick and dirty. So, und hier ganz vorne habt ihr dann euren Authentifizierungsding, zum Beispiel euren Login. So, dieser Login ist jetzt, dieser Login-Screen zum Beispiel, oder diese Funktionalität ist quasi der Eingang zu allem anderen. Dieses Ding hier baut die gesamte Röhre auf, so. Und jetzt ist es zufällig so, jetzt ist es rein zufällig so, dass das Ding eine Direktverbindung zur Datenbank hat. So, das heißt, in diesem Chip-Beispiel, sagen wir, das ist unser Login-Chip hier, der hat zwar Eingänge und Ausgänge, aber der hat außerdem eine Direktverbindung zu unserer Datenbank. Die ist da fest verdrahtet, sozusagen, so. So, und das Problem ist, dass obwohl wir unser gesamtes System unabhängig super schön konzipiert haben, dadurch, dass wir jetzt diesen abhängigen Wall da drauf gesetzt haben, bröckelt diese gesamte Unabhängigkeit. Und unser gesamtes System wird wieder abhängig. Denn wenn jetzt diese Datenbank nicht mehr vorhanden ist, dann können wir uns nicht mehr authentifizieren. Und diese ganze, alles, was in der Röhre ist, wird natürlich geschützt. Wir sind ja nicht authentifiziert, ist ja richtig so, so soll das Ding hier arbeiten. Aber das Problem ist, wir können es halt nicht mehr offline testen. Wir können es nicht mehr ohne diese Datenbank testen. Wir sind absolut abhängig von dieser Datenbank. Warum ist das gerade jetzt so schlimm? Weil, nehmen wir an zum Beispiel, das ist eine, weiß nicht, AWS Cognito-Datenbank. Cognito. Wie nennt man das auf Deutsch? Cognito vielleicht. Keine Ahnung. So, und keine Ahnung, ihr habt einen Internetausfall bei euch in der Firma für vier Stunden, so. Und ihr seid zehn Entwickler. Dann habt ihr jetzt, ihr könnt das natürlich nicht testen, ihr könnt natürlich auf die Komponenten nicht zugucken. Also, vielleicht auf die einzelnen, ja. Wenn ihr, weiß nicht, in React gibt es ja dieses Storybook, wer es nicht kennt. Egal, also ihr könnt euch natürlich hier die einzelnen Komponenten angucken. Aber ihr könnt nicht das Gesamtsystem testen, weil es so krass hier von diesem Controller geschützt ist, was es ja auch sein soll. Das ist ja richtig, dass es von dem Controller geschützt ist. Was falsch ist, dass ihr da nicht einfach eine Mock-Datenbank reinbauen könnt. So, und ihr seid zehn Entwickler, die für vier Stunden ausgesetzt sind. Dann ist es eine Menge Geld, die dafür braten wird, für nichts. Und deswegen wollt ihr natürlich besonders an so einem Ort eine Unabhängigkeit haben. Und wie ich es schon hier oben gezeigt habe, es gibt immer Abhängigkeiten in eurem System. Die könnt ihr gar nicht wegmachen. Das ist ja, irgendwo wird es immer so weit kommen. Und ihr habt auch immer so einen Kosten-Nutzen-Effekt, den ihr berechnen müsst. Okay, vielleicht ist es jetzt quick and dirty besser, die Cookies direkt zu benutzen, aber zumindest dann beim Refactoring vielleicht sowas. Also da spielen sehr viele Faktoren mit rein. Aber ihr wollt gerade diese kritische Infrastruktur, würde ich sagen, wollt ihr immer unabhängig halten, sodass ihr da einfach eine Mock dranhängen könnt. Oder ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das ist ja hier leider nur unidirektional, zumindest während der Aufnahme. Okay, damit soll dieser 15-Minuten-Monolog auch langsam zum Ende kommen. Ich möchte am Ende aber nochmal darauf hinweisen, das ist natürlich nur ein winziger, winziger kleiner Teil von diesem Thema Abhängigkeit, Modularisation, Schlimmes Wort in Deutsch, und Microservice-Architektur. Ich habe gar nicht angesprochen, warum eigentlich diese zwei Begriffe noch dabei sind. Weil, wenn du unabhängig bist, dann hast du eine Modularisation erreicht. Ja, hast du dann erreicht. Und genau so soll auch deine Microservice-Architektur sein. Du willst keine zwei Microservices haben, die irgendwie voneinander, wo der eine vom anderen komplett abhängig ist, und dann hast du eigentlich einen Service. Was wäre das denn? Ein bisschen größerer Microservice. Genau, aber Spaß beiseite. Also das Thema ist viel, viel größer, ist viel, viel komplexer. Ich habe nur einen winzigen Teil angesprochen, gerade mit dem. Es gibt natürlich noch den Teil zum Beispiel, wo ihr dann über die Richtung der Abhängigkeit redet. Also zum Beispiel soll die Abhängigkeit immer nur in eine Richtung gehen. Ihr wollt keine doppelgerichtete Abhängigkeit haben. Das werde ich hier nicht beschreiben. Guckt euch mal Onkel Bobs Video an, Videoserie, die aus sechs Teilen besteht. Sehr lang, sind sechs Stunden. Unglaublich hilfreich, aber es gibt auch ganz viele andere Quellen noch zum Thema. Ansonsten, Fragen, Anmerkungen auf jeden Fall in die Kommentare. Und soweit dann. Vielen Dank fürs Schauen, wer bis hierhin durchgehalten hat.